Der Viertelfinalbezwinger des Düsseldorfer Weltranglisten 1. Timo Boll feierte im chinesischen Endspielduell einen 4-1-Erfolg gegen Doppelweltmeister Xuxing, der im Halbfinale den Saarbrücker Patrick Franziska mit 4-2 besiegt hatte. Mart hat durch seinen insgesamt 25. World-Tour-Titel-Nachfolge von Weltcup-Sieger Dimitrijov-Tscharov-Hameln-Orenburg an. Der Weltranglisten-Dritte hatte zu Turnierbeginn in seinem Erstrunden-Match gegen Franziska wegen einer Hüftverletzung aufgegeben. Rekord-Europameister Boll wird Anfang April nach seinem zweiten World-Tour-Turnier in Folge ohne Podestplatzierung Spitze der Weltrangliste an Maslan Zwan-Fenzen-Dorf verlieren. Der WM-Zeiter hatte seine Reise nach Bremen nach seinem Titelgewinn zum Monatsbeginn bei den Katar Open wegen einer Verletzung abgesagt, hat jedoch durch den Erfolg in dem Golfstart genug Punkte für Bolls Ablösung auf dem Konto.